Herzlich Willkommen zu Gitter Online. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie man eine öffentliche Solositzung bekommt, dass man auch in Ruhe Sachen verkaufen kann oder sonstige Sachen erledigen. Dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, willkommen zurück. Also bevor ich starte, wollte ich euch noch sagen, ich habe jetzt eine öffentliche Crew gemacht, die ich nur putzen heißt. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Also wenn ihr zeigen wollt, dass ihr zu mir gehört, dann joint doch der öffentlichen Crew. So, genug gelabert. Also als erstes, jetzt sind wir gerade in einer öffentlichen Lobby. Die verlassen wir jetzt. Also wir gehen auf Online und Gitter Online verlassen. Dann solltet ihr euch Offline stellen. Ich mache jetzt das gerade. Stellt euch auf Offline. Gut. Und jetzt warten wir, bis wir im Story-Modus sind. So, im Story-Modus sind wir jetzt. Und jetzt gehen wir auf PSN, Einstellungen und auf Netzwerk. Hier gehen wir auf Internetverbindung einrichten. Dann müsst ihr hier auswählen, was ihr habt. Also bei mir ist es jetzt WLAN. Wie möchtest du die Internetverbindung einrichten? Hier müsst ihr auf Benutzer definiert. Hier müsst ihr IP-Adresse Einstellung auf automatisch. Dann DV-CP nicht angeben. DNS-Einstellung auf automatisch. MTU-Einstellung auf manuell. So, jetzt hier müsst ihr, also ihr habt hier die 1500 und hier müsst ihr jetzt 886 eingeben. Fertig, auf Weiter, nicht verwenden und Internetverbindung testen. So, wenn ihr die Internetverbindung getestet habt, könnt ihr dann auch wieder nochmal zurück. Geht wieder in den Story-Modus und jetzt gehen wir auf Online, Gitter Online spielen und los. Jetzt sehen wir dann auch gleich, ob es funktioniert hat. So, jetzt sind wir auf Open Lobby. Jetzt spawnen wir gerade. Jetzt sehen wir es dann gleich. Also, ich sehe noch nichts im Killfeed, noch Sonstiges. So, jetzt können wir dann gleich gucken. Und hier haben wir eine öffentliche Solositzung. So, dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen mit diesem Trick etwas helfen und ihr könnt in Ruhe grinden oder sonstige Sachen machen. Gut, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch gerne folgen auf Instagram. Link zu meinem Instagram-Account ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wollte ich euch nur sagen, wenn ihr unbedingt dringend Geld braucht, dann schaut doch mal bei Biertrinker LP auf YouTube vorbei und abonniert ihn. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin und tschu 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 tschu.